In bestimmten Dokumenten in Word wird eine senkrechte Darstellung von Text benötigt. Um diesen Effekt zu erzielen, musst du deinen Text in ein Textfeld schreiben und das Feld anschließend drehen. Um zu Beginn erst einmal ein Textfeld einzufügen, musst du dann das Register einfügen. Hier klickst du in der Gruppe Text auf Textfeld. Ein Dropdown-Menü öffnet sich. Hier klickst du auf einfaches Textfeld und das Feld wird eingefügt. Jetzt kannst du deinen Text in das Feld eingeben. Um den Text innerhalb des Textfeldes senkrecht darzustellen, klickst du zuerst im Bereich Zeichentools in das Register Format. In der Gruppe Text klickst du auf Textrichtung. Ein weiteres Dropdown-Menü öffnet sich. Hier kannst du nun auswählen, ob der Text horizontal um 90 Grad gedreht oder um 270 Grad gedreht dargestellt werden soll. Klicke hier einfach auf deine bevorzugte Option und die Anpassung wird direkt vorgenommen. Alternativ kannst du auch das ganze Textfeld drehen. Dazu klickst du auf das Drehen-Symbol oberhalb des Textfeldes, hältst die Maustaste gedrückt und kannst so das Textfeld freidrehen. Lässt du die Maustaste wieder los, bleibt das Textfeld in der jetzigen Position.